Der Schwerpunkt oder Massenmittelpunkt ist in der Physik ein wichtiger Punkt. In der Physik dient er dazu, einen komplexen, ausgedehnten Körper auf einen einzigen Punkt zu reduzieren, um Berechnungen seiner Bewegung zu erleichtern. Der Schwerpunkt ist der Angriffspunkt der Gewichtskraft und für diesen Punkt gilt die newtonsche Bewegungsgleichung F ist m mal a. Das heißt die Summe über alle Kräfte, die auf den Körper wirken, ist gleich Masse mal Beschleunigung des Schwerpunkts. Wir bestimmen hier zuerst den Schwerpunkt einer Figur aus Karton, da dieser eine gleichmäßige Dichte hat. Der Schwerpunkt eines Quadrats ist leicht zu bestimmen. Dazu brauchen wir nur die beiden Diagonalen einzuzeichnen und der Schwerpunkt liegt dann genau im Schnittpunkt der Diagonalen. Bei einem Dreieck können wir sogenannte Schwerlinien einzeichnen. Diese verlaufen vom Mittelpunkt einer Seite zum gegenüberliegenden Eckpunkt. Auch hier befindet sich im Schnittpunkt der Schwerpunkt. Unterstützen wir die Figur im Schwerpunkt mit einem Finger, so befindet sie sich im Gleichgewicht, da der Schwerpunkt der Angriffspunkt der Gewichtskraft ist. Bei unförmigen Figuren ist der Schwerpunkt nicht mehr geometrisch bestimmbar. Man kann sich jedoch mit einem Lot, das ist ein Faden, an dem ein Gewicht hängt, helfen. Man wählt an der Figur einen beliebigen Punkt und hängt die Figur und den Faden an diesem Punkt auf. Der Faden bildet dann eine Schwerlinie, wobei der Schwerpunkt unter dem Aufhängepunkt auf der Schwerlinie liegt. Den Aufhängepunkt kann man in einem Eck wählen oder irgendwo innerhalb der Fläche. Die Schwerlinie verläuft immer durch den Schwerpunkt. Wir können nun den Schwerpunkt eines unförmigen Stück Kartons mit Hilfe dieser Schwerlinien ermitteln. Dazu verwenden wir mindestens zwei Aufhängepunkte. Hat ein Körper keine gleichmäßige Massenverteilung, wie zum Beispiel ein Besen, so kann man versuchen, den Schwerpunkt zu finden. Der Besen ist symmetrisch bezüglich des Besenstils. Daher muss der Schwerpunkt auf dieser Symmetrieachse liegen. Lagert man den Besen auf zwei Fingern und führt diese immer weiter zusammen, sodass der Besen im Gleichgewicht bleibt, findet man den Schwerpunkt und kann den Besen mit einem Finger halten. Es gibt auch Körper, bei denen der Schwerpunkt außerhalb des Körpers liegt. Zum Beispiel der Bumerang. Hier befindet sich der Schwerpunkt zwischen den beiden Ästen des Bumerangs. Der Schwerpunkt, der Schwerpunkt, der Schwerpunkt, der Schwerpunkt, der Schwerpunkt zu finden ist. Untertitelung des ZDF, 2020